Also scroll mal ein bisschen Uh, nach Luxemburg kann ich sogar Wart mal, geh mal einfach durch bitte Ne, stopp mal, guck jetzt mal bitte oben das zweite Muss eins zurück, nochmal bitte Ja Ikea Mhm Oh Das ist eigentlich das Ikea Symbol Ja Geh mal weiter, ob da beim letzten noch was kommt Aber je weiter du halt nach rechts gehst, siehst du Unattraktiver werden diese Aufträge Ja Was du an Gesamtgeld halt bekommst, weißt du Da ist es Was? Geh mal eins zurück Hoh mal ganz oben, nein, das war jetzt zu weit Eins zurück Ganz oben Euro-Goodies Ja Fahr mal nach Osnabrück Okay Fahr mal mit dem Ding Ich hab Angst Okay, ich geh aber ganz kurz pullern Bin sofort wieder da Dann musst du Pause drücken, damit der nicht runter zählt Die Zeit Wo? Ja, genau so Jaja, okay Immer diese Lkw-Fahrer Weißt du, könntest du doch auch einfach hingehen und ne Punica-Flasch holen Ne, Guru Hast du eigentlich, ne, hast du nicht, oder? Was? Streamos Maximus Ne Ja gut, ich bin noch grad in Final Fantasy drin, also Ja Kann sich ja ins Log setzen Ja Aber guck mal, ob bei dir auch die Grafikeinstellung so in Ordnung ist, ob du das Bild so gut siehst Auch von der Klangqualität her Ja Ja Das, dass wir halt jetzt her Pause mir halt, ne Ja 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 Das war's für heute. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ich weiß. Was denn? Kurz auf Krab. Das war's für heute. 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 Okay, wir kriegen das hin. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.